Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der Edda. Und wir machen heute was ganz Witziges. Und zwar, Edda Abla hat vier Kleider von, äh, vier Anziehsachen von mir. Und ich hab vier Anziehsachen von Edda. Und jeder zieht halt eins an. Zum Beispiel ich jetzt das und sie in der Zeit das. Und dann gucken wir, welches am besten passt. Also ob dir meine Anziehsachen am besten passt oder ob mir die dann am besten passt. Genau, let's go. Also ich zieh zuerst das an. So. Und ich zieh erst, was du sagst. Okay. Wir kommen! Es rutscht gleich. Also Mille's Hose passt mir auf jeden Fall und der Rollo ist auch voll cool. Und bei mir? Tja. So, jetzt wartet ihr in die Kommentare, ähm, äh, Outfit 1, Punkt, Punkt, von 1 bis 10 sehen. Das ist das Beste. Schalt's in die Kommi. Ich zieh jetzt das an. Ich zieh jetzt das an. Und ich das da. Wir sehen uns. Outfit Nummer 1 hat mir nicht gepasst, aber trotzdem mit High Heels wird es voll cool ausschauen. Was meinst du? Und wie sieht man jetzt aus? Also mir passt es auch ins Langes. Also wieder in die Kommentare, Outfit 2, Punkt 1, von 1 bis 10 sehen, dass das Beste ist. Also ich nehme jetzt dieses Outfit hier. Okay. Okay, und ich nehme das. Okay. 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 Ich nehme das Kleid. Ich nehme das Kleid. Ich nehme das. Ich nehme das noch. Und dein Kleid sieht auch so süß aus. Ich bin ein Nachthemdchen. Ich schlafe jetzt in der Runde. Ich schlafe jetzt in der Runde. Bella, was machst du? Mitten in unserem Video? Ja. Also schau wieder in die Kommentare, Outfit 4, Punkt 1, von 1 bis 10 sehen, dass das Beste. Also meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.